Salut et bienvenue bei fit für Franze. Heute geht es um die Possessivbegleiter. Diese stehen immer bei einem Nomen und drücken ein Besitz oder eine Zugehörigkeit aus. Allons-y, los geht's. Amélie und Franck mögen Tiere sehr. C'est mon chien Bonnard, das ist mein Hund Bonnard. Voici Amandine ma Tortue, hier ist Amandine meine Schildkröte. Die besitzanzeigenden Begleiter, mon im Maskulinum und ma im Femininum Singular, richten sich immer nach dem Nomen direkt dahinter, dem Bezugswort. Le chien ist Maskulinum, also heißt es mon chien, mein Hund. La Tortue ist Femininum, also ma Tortue, meine Schildkröte. Il est joli ton chien, er ist hübsch dein Hund. Et ta Tortue est intelligente, deine Schildkröte ist intelligent. Ton und ta bedeuten dein und deine. Sans und sa bedeuten sein und ihre. Aufpassen, c'est son chien kann also heißen, das ist ihr Hund, der von Amélie, oder das ist sein Hund, der von Franck. Das funktioniert im Französischen also ganz anders als im Deutschen und im Englischen. Her dog und his dog. Hier richtet sich der Possessivbegleiter nach dem Besitzer. Eigentlich ist es im Französischen also viel leichter. Du musst nur wissen, ob ein Wort Maskulinum oder Femininum ist. Aufpassen musst du aber bei Wörtern, die mit einem Vokal oder stummen H beginnen. Hier musst du die Bindung beachten. Voilà une école. C'est l'école de Franck. C'est son école. Das ist seine Schule. Une école ist zwar Femininum, wegen des E darfst du aber nicht sagen. Sa école, das wäre zwar logisch, ist aber falsch. Du musst die Liaison beachten, die Bindung. Und du nutzt hier auch mon, ton, son. Also c'est son école. Du weißt ja, die Franzosen lieben die Liaison, die Bindung. Wenn du einen Besitzer und mehrere Sachen hast, benutzt du mes, t' und c'est. Meine, deine, seine oder ihre. Amélie liebt schicke Sachen. Ce sont ses robes. Das sind ihre Kleider. Ein Besitzer, mehrere Sachen, c'est. Damit kennen wir schon mon und ma im Singular Maskulinum und Femininum und mes im Plural. Entsprechend ton, ta, t' et. Und sans, ça, c'est. Familie Frimeur stellt sich vor. C'est notre maison. Ce sont nos voitures. Das ist unser Haus, das sind unsere Autos. Notre und nos bedeuten unser, unsere. Hier unterscheidest du nur zwischen Singular und Plural. Ich bin beeindruckt und sage, ah, votre piscine et vos chiens. Das kann heißen, ihr Pool und ihre Hunde in der Höflichkeitsform, wenn ich die Familie Frimeur sieze. Wenn ich sie gut kenne, heißt das aber auch euer Pool und eure Hunde. Votre und wo hat also beide Bedeutungen. Berichte ich nun zu Hause über die Familie Frimeur und zeige Fotos, sage ich, c'est leur maison, das ist ihr Haus. Ce sont leurs voitures, das sind ihre Autos. Mehrere Besitzer, eine Sache, leur ohne es. Mehrere Besitzer, mehrere Sachen, leur mit es. Fassen wir also zusammen. Die Possessivbegleiter lauten bei einem Besitzer, mon, ma, mes, ton, ta, tes, sans, sa, c'est. Und bei mehreren Besitzern, notre und nous, votre und vos, leur und leur, je nachdem, ob es sich um eine Sache oder um mehrere Sachen handelt. Denkt dran, der deutsche Satz, das ist ihr Hund, kann je nach Bedeutung im Französischen auf verschiedene Weise übersetzt werden. C'est son chien, das ist ihr Hund, der von Amélie. Il est joli, votre chien Madame. Er ist hübsch, ihr Hund Madame, in der Höflichkeitsform. Spreche ich über die dritte Person plural, sage ich, c'est leur chien, das ist ihr Hund, der von Familie Frimeur, also mehrere Besitzer, eine Sache, leur ohne es. Ce sont leurs voitures, das sind ihre Autos, mehrere Besitzer, mehrere Sachen, leur mit es. Übrigens hat der Possessivbegleiter leur ohne es nichts mit dem indirekten Objektpronomen leur zu tun. Je leur explique le problème. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und weißt du eigentlich, was ein Frimeur ist? Ich sage es dir, ein Frimeur bedeutet auf Französisch ein Angeber. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.